Herzlich willkommen in unserem neuen Bewegungs- und Fußzentrum in Bonn. Wir haben uns als Ziel gesetzt, die chirurgischen Eingriffe am Bewegungsapparat zu vermeiden. Das geschieht mit Hilfe von modernsten Technologien und wissenschaftlich begründeten Therapiekonzepten. Neugierig geworden? Bald finden Sie auf dieser Homepage viele Informationen und Filme, die unsere Therapien erläutern. Die Homepage befindet sich noch im Aufbau, aber unsere Praxis besteht schon. Rufen Sie uns einfach an und vereinbaren einen Termin.